ein herzliches willkommen wir sind im monat mai und ich hoffe ihr seid alle gut reingekommen wir sind in der kw 18 das ist die woche vom 2 bis 8 mai 2022 sonnzeichen stia ab 2 mai geht venus in den wetter da ist natürlich viel temperament drin viel feuer ja man ist gestärkt und mutig und möchte auch was erreichen natürlich auch im beziehungsbereich selbstverständlich wir haben zwischen 2 und 11 mai ja auch noch sonne und mars und uranus die dafür auch noch stehen sonne haben wir im sti mars haben wir noch in den fischen mars und uranus uranus im stier auch da haben wir auch ich sag mal überraschungen uranus sorgt schon mal für überraschungen zwischen dem dritten und sechsten und es empfiehlt sich aber mit sonne uranus also sonne im stier uranus im stier am fünften eben auch ein bisschen auf die intuition zu hören auf das bauchgefühl vom fünften bis siebten haben wir eben auch eine gute energie zwischen merkur im zwilling und venus im weder da kann man gut und begeisternd etwas vertreten etwas rüberbringen und auch andere hat dafür begeistert können geschäftsabschlüsse geben und merkur wird nämlich auch ab zehnten rückläufig das betrifft zwar noch nicht diese woche aber man sollte natürlich in dieser kw 18 versuchen alles möglichst fertig zu stellen unter dach und fach zu kriegen wenn es irgendwie geht dann sprechen wir in der nächsten woche über die rückläufigkeit merkus aber jetzt erstmal bis zum achten haben wir eben auch ich sag mal sehr positive energien man kann viel erreichen und das sollte man tun natürlich immer in einem gesunden maß im hintergrund haben wir eben auch noch maß in den fischen neptun und jupiter und wie gesagt mit weder kann man sich gut durchsetzen man sollte es aber charmant tun schauen wir uns jetzt für die einzelnen sternzeichen an was diese woche bringt astrologisch und dann natürlich in den karten ich wünsche euch eine schöne woche ein herzliches willkommen liebe waage wir sind in der kw 18 das ist die bock vom 2 bis 8 mai 20 22 und ich hoffe du bist gut im mai angekommen wollen im monat mai wir haben einen guten start glaube ich in diesem monat allerdings beginnt dann am zehnten der merkur rückwärts zu laufen das bedeutet dass eben vieles nicht funktioniert das dauert auch bis zum dritten juni also drei wochen lang ist es ein bisschen alles heruntergefahren schauen wir uns jetzt mal an was wir in dieser woche haben aber wichtig ist dass man möglichst alles was geht in dieser woche erledigt damit man dann in der zeit der rückläufigkeit merkus ein bisschen ruhe hat wir haben jupiter in den fischen die keinen einfluss auf die waage haben aber jupiter wechselt am 11 mai in den feurigen widder dann sieht das ganze schon wieder anders aus aber da sind wir jetzt noch nicht das heißt ruhe und wir haben saturn im wassermann das bestärkt dich dabei dass du an dem arbeitest was du erreichen möchtest dass du eben auch fleißig bist dran bleibst und dass du das ist gut so wir haben uranus im stier das hat keinen direkten einfluss aber natürlich auf deine mitmenschen oder situationen aber grundsätzlich nicht so wirklich auf die waage neptun in den fischen hat auch keinen direkten einfluss aber man ist halt eben nicht so kreativ wie man das vielleicht sonst ohne diesen einfluss wäre pluto hat dir ein bisschen zugesetzt im steinbock und läuft jetzt rückläufig und ich denke mal dass du auf jeden fall darauf achten solltest macht und ohnmacht themen möglichst zu vermeiden ja ich denke mal es geht darum zurückzuschauen wie war es in den ersten monaten des jahres mars und pluto wirken manchmal zusammen und sorgen dafür dass eben konflikte hochgepusht werden und du könntest mittendrin stehen also sei da bitte einfach vorsichtig mars in den fischen noch bis 25 mai kann ein bisschen kraft rauben und da muss man natürlich ein bisschen acht geben dass man seine kräfte nicht verschwendet so dann haben wir venus die ab 2 mai in feurigen widder verweilt also da bist du auch so ein bisschen sagen wir mal wie soll ich sagen so ein bisschen auf vergleich mit anderen sich messen mit anderen auch in der partnerschaft das ist vielleicht nicht so gut wenn du das feststellst an dir selbst solltest du das lieber lassen ja wettbewerb in der partnerschaft ist meist nicht gut man sollte er als team zusammenwirken und im job natürlich auch merkur in den zwillingen befügelt dich natürlich durch kommunikation aber es kann dich auch in klatsch und ratsch reinziehen auch da muss man ein bisschen aufpassen ja vielleicht ist sowas wie ich versuche mich irgendwo anders weiterzubilden oder irgendwas besser als als ablenkung oder als kommunikationsmittel für dich sind halt karriere und natürlich partnerschaft wichtig und ich denke mal flott möglichkeiten gibt es genug und du bist wie gesagt sehr kommunikativ solltest aber aufpassen wie gesagt mit nepp tun in den fischen sollte man wirklich nicht alles glauben was man hört man sollte sich vergewissern dazu ist dann die sonne im stier sehr gut geeignet ja und man kann ja auch mal was weitergeben was eben nicht der wahrheit entsprach und ist dann nachher der dumme darauf solltest du aufpassen und wie gesagt wenn dann am 10 merkel rückläufig ist dann ganz besonders aber wie gesagt in dieser woche kann man noch dinge fertigstellen sich um dinge kümmern und dann wird es halt ruhiger bzw chaotischer außen und da sollte man nicht so viele baustellen aufhaben das mal als tipp von mir wir schauen jetzt mal wie das in den karten aussieht so meine liebe waage herzlich willkommen wir sind bei der kw 18 allgemeine kartenlegung für die woche vom 2. bis 8. mai 2022 es geht darum einfach zu schauen was in dieser woche für die waage möglich und machbar ist was die karten raten du entscheidest natürlich was davon du für dich in deiner persönlichen situation anwenden möchtest es soll dir einen hinweis geben was machbar ist was möglich ist und wovon vielleicht abgeraten wird die entscheidung triffst alleine du was haben wir jetzt für eine energie für die waage in dieser woche wir haben das ast des feuers ein leidenschaftlicher neu beginn also du bist begeistert denke du brennst vielleicht mit der energie der venus im wetter kann natürlich sein schöne energie feurig aber kann natürlich dazu führen dass man so ein bisschen über sie hinausschießt das wollen wir doch nicht hoffen schauen wir jetzt mal wie du dich selbst siehst der hier umfand sehr eng verbunden also da ist das höhere selbst da ist natürlich auch die wichtigen verbindungen kann der job sein kann die partnerschaft sein die familie die freunde dein wunsch ist die neuen der luft sich austauschen dinge von der seele reden miteinander sprechen keine schlechte idee hoffnung und ängste könig des wassers oder könig der kirche skorpionische energie also liebevoll fürsorglich aber auch im hinterkopf die eigene agenda was man umsetzen möchte gut für dich ist die neuen der kirche es können sich wünsche erfüllen das ist eben auf dem auf der gefühlsebene kann sich einiges tun das ist doch schön nicht gut ist die 10 der luft die 10 der luft bedeutet ja man ist mit einer sache fertig man hat die erfahrung gemacht die lektion gelernt wenn das auf der position steht nicht gut für dich ist dann noch was offen ist dann noch was nicht erledigt und ausgang ist die acht der luft die verwirrung man dreht sich im kreis man findet möglicherweise keine lösung das natürlich nicht gut aber vielleicht lässt sich da was machen wenn man das im vorfeld weiß kann man vielleicht darauf hinarbeiten dass man eben nicht so holterdifolter irgendwo was unternimmt oder tut sondern sich erstmal genauer informiert schauen wir jetzt erstmal wie die energie ist die die in dieser woche als vage entgegengebracht wird das kann durch ereignisse sein aber auch durch personen oder vorkommnisse je nachdem wir schauen uns an was für eine energie wird denn der vage in dieser woche entgegengebracht was haben wir da die herrscherin das heißt die dinge sind fruchtbar da entwickelt sich was also für deine mitmenschen oder in der sache selber tut sich was das ist ja schon mal schön passt auch gut zum ast der stäbe wir schauen mal wie sich das auswirkt wir haben 5 der kelche da gibt es etwas zu bedauern die 5 der kelche fordert dich immer dazu auf dich nicht nur den negativen sondern auch den positiven zuzuwenden also sich in seiner ich sag jetzt mal ja bildung also wie man sich eine meinung bildet auch mal um zu blicken und zu schauen naja vielleicht habe ich ja auch mist gebaut oder irgendwas falsches gesagt das heißt nicht dass du jedes mal schuld bist und man soll sich selbst erstmal hinterfragen und dann das gespräch suchen wir haben den wagen die krebs energie bedeutet ja dass du in der spur bleiben soll es die dinge voranbringen sonst ist es auch eine erfolgskarte gespräche sind da sehr wichtig die mäßigkeit gefühl und intellekt im einklang du als vage versuchst ja immer harmonie reinzubringen aber du darfst dich selbst dabei natürlich nicht vergessen dass deine gefühle dann entgegen kommen ja auch ich sag mal deine zufriedenheit als ergebnis haben soll da ist eben der könig der kelche auch da die fürsorge auch für sich selbst und dann haben wir die sieben der schwerter da ist was verborgen nicht ausgesprochen geheim gehalten oder wird unter den teppich gekehrt es kann auch klatsch und tratsch sein vorsichtig damit und wir haben die fünf der schwerter und das ist eben dass man sich damit auseinandersetzt was wird denn da getratscht was wird denn da geredet oder wer hat was behauptet das müssen wir klären und hier haben wir dann das gericht die situation nach faktenlage beurteilen das bedeutet wo sind denn die fakten was es steht denn fest und unwundbar also dass man sagen kann das ist fakt ja und haben wir die königin der stäbe dafür setzt du dich ein aber wir haben darüber eben die acht der schwerter eine lösung ist momentan nicht in sicht vielleicht geht es auch darum dass die leute die können natürlich klatsch und tratsch verbreiten ohne dass du dem einhalt gebieten kannst das ist klar und vielleicht ist das eben so eine situation wo man das nicht verhindern kann wir schauen mal der hier ruf an da geht es um wichtige beziehungen prioritäten setzen und fair bleiben da ist deine energie mit drin die vage energie also muss schon prioritäten setzen mit den leuten auszukommen ist ja wunderbar muss man manchmal auch sagen das oder das ist nicht richtig gespräche führen austausch etwas verändern mit der welt und natürlich eine entscheidung treffen das was der vage so schwerfällt sich tatsächlich dann ich sag mal letztendlich zu entscheiden und auch mal vielleicht gegen die freunde oder die leute die einen umgeben hoffnung und ängste ist die fürsorge vielleicht auch die unterstützung da haben wir das team und da haben wir die herrscherin das ist auch die energie von außen also das team möchte gerne dass die harmonie hergestellt wird aber jeder möchte dabei auch ich sag mal profitieren egal wer das ist jeder möchte so ein bisschen stück vom kuchen abhaben also möchte nicht nur klein beigeben sondern möchte auch was davon haben neun der kirche königin der schwerter und die zehn der kirche also wahre worte klarheit erstmal für sich selbst und dann nach außen gefühle mitteilen was man gut findet was man nicht gut findet wie man zu jemandem steht zum beispiel könnte das bedeuten oder wie man zu einer sache steht ja es ist wichtig da auch farbe zu bekennen zehn der luft da ist der leidenschaftliche neubeginn und die vier der stäbe hat was mit hausheim familie zu tun aber liegt auf der position nicht gut für dich also könnte sein dass das ein bisschen erschwert ist denn die lektion wurde in irgendeiner form noch nicht gelernt zehn der luft so und dann ist man ratlos acht der schwerter kommunikation und kraft disziplin disziplin bedeutet ja den inneren schweinehund überwinden und vielleicht geht es auch darum dass man eben nicht nur redet sondern auch handelt oder dass man eben auch eingesteht in dem moment dass man ratlos ist das ist keine schande ja wenn man nicht weiter weiß so hier haben wir jetzt die fünf der kirche da haben wir den eremiten man geht in sich und man kümmert sich um sich selbst das ist wichtig auch gerade für dich als vage da du ich sag mal in konflikten oder bei entscheidungen oftmals den eigenen wünsche und bedürfnisse zurücksteckst um die sache nicht eskalieren zu lassen und es ist wichtig dass du dir selber fürsorge angedeihen lässt ja und dann haben wir die krebsenergie da ist die sieben der schwerter und da ist der widerstand also ich denke mal dass du das fahrwasser möglicherweise indem du dich befunden hast nicht gut findest und dagegen auch ich sag mal was sagt deine deinen standpunkt benennst dass du was anderes möchtest oder dass du etwas zum beispiel nicht richtig findest ja das ist schon in ordnung das ist auch gut so dass du das tust die mäßigkeit rückzug und informationen sammeln also kann bedeuten sein dass du dich ein stück weit gemobbt fühlst weil die dinge sind wie sie sind und nicht jeder so offen vielleicht auch ist und dass du dich dafür ein bisschen ausgeschlossen fühlst sieben der schwerter könig der kirche erneut und der könig der münzen also um stabilität und sicherheit herzustellen da macht man gute miene zum bösen spiel aber man fühlt sich da nicht wirklich wohl das führt dann auch zum konflikt in kleinen dingen aber man hält daran fest also man ich sag jetzt mal das kann so sein wie mit kleinigkeiten kann man andere auch ich sag jetzt mal nervten oder daran erinnern dass das nicht richtig war oder so also so kleinkrieg sag ich jetzt mal das gericht neue beginnen sicherheit und stabilität mäßigkeit also für dich ist es wichtig eine ausgewogene harmonie herzustellen und da einen neuen punkt zu finden wo du dann wieder in deiner inneren mitte bist königin der stäbe da sind die gespräche und als die acht der schwerter also das ganze versuchen mit anderen zurecht zu kommen den leuten zu sagen wie man sich fühlt und dass das irgendwie hat mich wirklich zum ergebnis geführt man dreht sich irgendwo im kreis so was macht man jetzt damit man überlegt sich natürlich wie es einem dabei geht dass man das bedauert dass man nicht vorankommt ist klar dass man vielleicht auch widersprochen hat ja dass man sich ausgestoßen fühlt und seine innere zufriedenheit nicht so wirklich da ist wir haben ja wir haben so ein bisschen das wird überdeckt ja man versucht ich sage jetzt mal nett und freundlich zu sein obwohl man sich nicht wohlfühlt und kleine nickeligkeiten tauscht man halt auch miteinander aus und dann haben wir hier der wunsch ist ja auch dass man wieder klar kommt aber irgendeine lektion wurde nicht gelernt wir schauen jetzt mal nach der orake karte die uns hoffentlich auf die spur bringt was da irgendwie fehlt oder was man da machen kann ein ja wir haben mit dem strom also du sprichst ja auch als wahl mit dem strom um da den frieden herzustellen wir schauen mal die nummer sieben ist das ja gucken was da der lösungsansatz ist also mit dem strom im fluss sein rückkehr zum ursprung erkennen wie die teile zusammenpassen der natürliche zusammenhang des geschehen also auch sich ein überblick verschaffen schauen wir uns mal die erfolgsbotschaft an alles scheint sich zu fügen wenn du aufhörst dich abzumühen und dich der fluss der gelegenheiten überlässt lass dich von ihm deinen größten erfolgsaussichten entgegentragen dazu musst du zunächst deine glaubenssätze in bezug auf geld und wohlstand überprüfen dein wahres kapital liegt in deinen fähigkeiten begabungen und talenten vor allen dingen aber in deinen grund überzeugung alles entspringt deiner inneren welt und findet in der äußeren sein abbild wenn du dein erfolgsbewusstsein in demut mit einem höheren bewusstsein verbindest darfst du wunder erwarten alles was du brauchst fällt dir mit leichtigkeit zu also mit anderen worten es geht darum die füße still zu halten so würde ich das jetzt einfach mal in kurzform ausdrücken also du hast natürlich feuer in dir und die anderen möchten auch dass die dinge laufen aber dein feuer wird so ein bisschen durch dein umfeld durch dein vielleicht auch durch die umstände ein bisschen gedämpft ja und man ist charmant entgegenkommt aber man kommt irgendwie nicht von der stelle so ist zumindest mein eindruck so wie das hier aussieht und da bist du natürlich deprimiert und das kann ich durchaus auch nachvollziehen also was du was du hier machen kannst jetzt wenn ich das so sehe die ganze bemühung der woche ist dann umsonst was ich dir sagen kann widme dich mehr dem eigenen wohlbefinden lass die außenwelt kollegen oder was auch immer im außen ist auch die familie manchmal lass das einfach mal laufen wie es läuft gerade kümmere dich darum dass du dich ein bisschen wohler fühlst kümmere dich um dein inneres wohlbefinden meditation kann helfen ich weiß es ist lahm sich was anzuhören aber wenn du das ein paar mal gemacht hast merkst du dass du innerlich ruhiger wirst denn die ganze aufregung wenn du dich einbringst und versuchst die dinge liebevoll zu klären bringe ich immer wieder an den ausgangspunkt zurück deswegen auch hier die 10 der luft du kommst nicht zu potte momentan und das ist schade weil wir haben ja auch in der nächsten woche merkel rückläufig da läuft gar nichts das heißt momentan sind wir mehr oder weniger ein bisschen die hände gebunden und deshalb solltest du dich auf andere dinge konzentrieren wenn es nicht geht kannst du es nicht erzwingen das ist punkt 1 wenn du darunter leidest solltest du etwas tun das dich ein bisschen davon weg bringt wenn du schon sage ich mal mit mobbing zu tun hast und so weiter solltest du in deiner freizeit etwas tun was dir freude bringt es kann unterschiedliche dinge sein es kann sport sein es kann schwimmen sein also ist ja auch sport aber rausgehen in die natur oder irgendwas basteln irgendwas lesen irgendwas machen was dich als person glücklicher und zufriedener macht das ist so dass du kommst irgendwie momentan durch kommunikation oder durch konfrontation irgendwie nicht zu botte und es kann ja auch sein dass die anderen ich sag jetzt mal sehr ja ich sage mal angepiekt sind und versuchen sich durchzusetzen ja da ist am besten du hältst dich komplett raus und kümmert sich um deine sicherheit und stabilität denn wir haben hier wir kommen immer wieder auf den ausgangspunkt der acht der schwerter zu also brauchst du dich gar nicht da so rein zu hängen beobachte wähle deine prioritäten hier mit wem du überhaupt zeit verbringen willst vielleicht ziehst du dich ja in dem fall dann auch selbst ein stück weit zurück und kümmert sich mehr um sein persönliches wohlergehen in dieser woche das ist das was ich hier so entnehme ja du hast zwar sehr viel leidenschaft in dir und das sehen wir ja hier auch aber es führt nicht zum ergebnis leider und deswegen würde ich sagen dass du dienst nach vorschrift machst und dich ansonsten um dein leibliches persönliches wohlergehen kümmerst und dich von diesen dingen einfach so ein bisschen distanziert wenn möglich ja wenn nicht brauchst du einen ausgleich dann ist es umso wichtiger dass du einen ausgleich hast wo du dich austoben deinem frust irgendwo luft verschaffen kannst ja und ich glaube dass viele sachen hier mit den sieben der schwerter die wir auch zweimal haben nicht klar und deutlich angesprochen werden dass die information zum beispiel gar nicht hast also ich rate mir jetzt in dieser woche cool down versuche wie gesagt zu meditieren tief durchzuatmen gar nicht viel dazu zu sagen sondern dass wenn möglich weitestgehend an dir abprallen zu lassen ja und ein sicheres ich sag mal eine sichere oase zu finden wo du dich so ein bisschen ja wieder erholen kannst von diesen vielleicht negativen energien auch im privaten bereich also nicht so leicht aber da haben wir ja die fürsorge des königs der kirche vielleicht hast du auch jemanden dem es ähnlich geht dass du dich mit jemandem zusammen tun kann wo ihr beide euch auslassen können lästern können aber das solltet ihr natürlich nicht nach außen dringen lassen sondern für euch behalten also ich denke mal es ist wichtig abgrenzung in dieser woche mein gedanke mit dem strom schwimmen ansonsten offiziell aber nach innen sich so ein stück weit distanzieren von der außenwelt tut mir leid dass das diese woche so ist weil wir dann auch merkel rückläufig haben aber vielleicht wird dann alles andere auch etwas angenehmer für die waage wenn merkel rückläufig wird das kann ich dir nur von herzen wünschen ich hoffe es ist hilfreich auch wenn es eben keine optimale legung ist und du deinen gefühlen gerne auch ausdruck verleihen möchtest vielleicht ist das auch im kleinen möglich aber im großen wir kommen immer wieder in diese schleife acht der schwerter hier acht der schwerter da halte durch das wird nicht immer ewig anhalten ich kann dir nur sagen behalte dir dein optimismus und versuche einfach zu sagen ist halt gerade mal eine schwierige zeit ja und das wird auch wieder anders versprochen ja also vielleicht magst du es mir ja mitteilen wie es dir ging in dieser woche ich hoffe es hat ein klein wenig geholfen wenn du weitere informationen brauchst und eine persönliche legung oder ein gespräch dann findest du alles hier unten in der infobox wenn es dir gefallen hat und dich vorbereitet hat auf das ganze dann lass gern ein däumchen hoch da und dann sehen wir uns bald wieder viel erfolg gutes gelingen und bis dann dann sehen wir uns bald wieder im nächsten Mal